Amor, immer noch Charles Amor, Imre Savic, immer noch Savic und 1 zu 0 in der 39. Minute. Schön freigespielt, energischer Alleingang und Lars Unger kann dem Ungarn nicht folgen. Imre Savic mit seinem 10. Saisontreffer, auch der Griff energisch ans Trikot hilft da nichts. Das ist unwiderstehlich, Imre Savic mit der Führung für Sturm Graz 6 Minuten vor der Pause.